Willkommen! Hier habe ich ein ganz neues Schnäppchen. Ich habe hier noch die Original-Lieferpapiere von W. Schillig und zwar 228,66, Modell LX von W. Schillig in der Kombination zwei Sofas in der hohen Ausführung. Sie sitzen hier auf Sitzhöhe 45 und der Rücken ist auch etwas höher. In einem ganz tollen Leder, nämlich in dem Naturleder Z8350, Cognac-farbig, zwei Sofas zum Spezialpreis. Man sitzt hier sehr, sehr gut auf einem Federkern im Sitz integriert. Lange Haltbarkeit, ergonomisch richtig gut gemacht. Auch hinten das Kissen hier stabilisiert absolut den Sitzkomfort. Sie können auf den beiden Sofas, die sehr klassisch sind, auch gut liegen. Natürlich besser auf dem großen, aber da die Armlehne niedrig ist, auch, ich hoffe, Sie sehen mich noch auf dem kleinen. Sie haben ein ganz tolles Leder und zwar das Z83 Leder Wax, das ist ein Spezialleder, Anilin, alle Naturmerkmale sichtbar. Und dann wird es mit einem heißen Wachs veredelt. Die Poren werden geschlossen, damit wird es auch gebrauchstüchtig. Sie haben hier einen richtig angenehmen Griff und Sie sehen hier wirklich alles, was das Wind erlebt hat. Also wenn Sie nur, wenn Sie kein Leder in der ursprünglichen Form lieben, ist das nichts für Sie. Wenn Sie aber was richtig Originäres haben wollen, in einer kurbischen Optik, zu einem Spezialpreis, diese Garnitur kostet jetzt ein Bruchteil des normalen Preises, dann haben Sie hier eine echte Gelegenheit. Zwei Sofas LX für Sie in Leder Wax. Wir werden sehen. Dankeschön. Ach ja, eins noch, habe ich vergessen. Hier können Sie in die Taschen auch noch Kopfstützen reinstecken. Und damit machen Sie LX zum Hochlehner. Wollte ich nur gesagt haben, können Sie sich im Fachhandel dazukaufen. Oder bei uns ähnliche, die passen. Alles klar? Das war's. Danke und Tschüss. Das war's.